Wenn du am Urlaubsende nicht mit dem Hammer auf den Foil eindrischen willst, um das Ganze wieder auseinander zu bekommen, dann empfehlen wir diese Kupferpaste vor allem auf die Schrauben und genauso auch auf die Fuse-Ledge da vorne, weil sonst korrigiert das fest und wir haben schon mal das Ganze nach dem Urlaub aufflexen müssen, damit das überhaupt wieder auseinander gegangen ist, damit wir es ins Bordpack geben können.